Heute kümmern wir uns um eine der beiden Landtagswahlen, die in diesem Jahr in Österreich stattfinden werden. Und zwar wollen wir mal in die Steiermark blicken und schauen, wie die aktuellen Umfrageergebnisse aussehen. Stand der Dinge für dieses Video ist der vorgestrige Dienstag, also der 5. März 2024. Und ansonsten sei zur Wahl noch generell gesagt, dass ein Wahltermin noch nicht genau existiert, aber im Herbst 2024 wird es soweit sein. Also so in etwa einem halben Jahr wird es ziemlich spannend werden in der Steiermark und wir wollen mal schauen, wie es aktuell so aussieht. Denn es gibt ein Umfrageergebnis aus diesem Jahr, nämlich vom 29. Januar. Und so können wir mal schauen, wie so der generelle Trend zurzeit in der Steiermark ist. Und es ist auch ganz gut, mal auf dieses Ergebnis zu blicken, denn ansonsten haben wir aus der Steiermark zuletzt nicht so viel gehabt. Das letzte Umfrageergebnis, das wir hier sehen können, stammt vom 18. Dezember 2022, ist also ziemlich veraltet und somit ist es ja eigentlich ganz schön, dass wir mal wieder einen Einblick haben in die aktuelle Stimmungslage in der Steiermark. Ja, schauen wir uns dieses Ergebnis mal an. Und ja, da sehen wir, dass die FPÖ aktuell zwei Prozentpunkte vor der SPÖ liegt und eben auf Rang 1 liegt. Mit diesen 26 Prozent würde sie die deutliche Ergebnisse von 2019 übertreffen und vielleicht schafft sie es auch, ein Rekordergebnis zu erzielen. Das hat sie 2015 geschafft bei der Landtagswahl, da waren es 26,8 Prozent. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass die FPÖ ein Rekordergebnis erzielen wird oder zumindest nah dran sein wird an dem Rekordergebnis. Und sie könnte tatsächlich auch eine Premiere feiern in der Steiermark dieses Jahr nämlich erstmals stärkste Kraft werden. Die SPÖ wiederum, die beim letzten Mal Rang 2 geholt hat mit 23 Prozent, würde mit diesen 24 Prozent sich generell eh nicht viel verändern und würde auf dem Niveau der letzten Landtagswahl bleiben. Das ist für die SPÖ aber eigentlich nicht so gut, denn 2019 hatte man das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in der Steiermark erzielt. Und mit 24 Prozent liegt man ja nur minimal oberhalb des Ergebnisses von 2019. Also so wirklich erholt hat sich die SPÖ seit der letzten Wahl nicht oder seit einiger Zeit schon nicht. Die ÖVP wiederum, die droht ganz schön abzustürzen von 36,1 Prozent runter auf, ja wie wir sehen können, 20 Prozent beim Market und Rang 3. Für die ÖVP wäre das ganz klar das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte in der Steiermark. Das datiert auf das Jahr 2015 bisher und war eben 28,5 Prozent groß. Jetzt mit den 20 Prozent würde man dieses Ergebnis noch deutlich unterbieten. Und auch klar ist tatsächlich, sollte die ÖVP nur auf Rang 3 kommen, dann kann sie es vergessen, weiter in den Regierungschef zu stellen. Und dazu sage ich nochmal kurz etwas, denn zurzeit gibt es eine Regierung von der ÖVP mit der SPÖ in der Steiermark und die Regierung ist ÖVP geführt. Zunächst war Hermann Schützenhöfer der Landeshauptmann gewesen. In dieser Legislaturperiode und seit dem 4. Juli 2022 ist das Christopher Drexler. Und der würde natürlich sicherlich gerne Landeshauptmann bleiben in der Steiermark. Aber wenn die ÖVP noch auf Rang 3 kommen wird, dann ist das ausgeschlossen. Dazu dann gleich nochmal mehr, wenn wir auf die Sitzverteilung blicken. Auch beachtlich muss man sagen, in der Steiermark ist die KPÖ. Sie ist schon einige Zeit im Parlament vertreten. Mit 14 Prozent allerdings, die hier Market veranschlagen für die KPÖ, siehst du aus, als würde die KPÖ deutlich zulegen und mit mehr als nur vielleicht zwei Abgeordneten, wie sie es zurzeit hatte, in den Landtag einziehen. Und dann haben wir noch Grüne und Neos. Die liegen im einstelligen Bereich. 8 Prozent für die Grünen, das ist ein klares Minus im Vergleich zu 2019. Neos kommt auf 7 Prozent, das ist ein Plus. Und beide Parteien sollten es in den Landtag schaffen. Es gibt nämlich in der Steiermark eine, naja, zumindest aus deutscher Sicht in gewisser Weise eine Besonderheit. Denn es gibt keine 5-Prozent-Hürde oder 4-Prozent-Hürde, sondern es gibt eine Bedingung, die man erfüllen muss, um in den Landtag einzuziehen. Und die lautet, man muss ein Grundmandat in einem der vier Wahlkreise in der Steiermark holen. Die vier Wahlkreise lauten Graz und Umgebung, die Weststeiermark, die Oststeiermark und die Obersteiermark. Und in einem dieser vier Wahlkreise muss man eben ein Grundmandat holen. Und dann hat man den Einzug in den Landtag geschafft. Aber das sollten tatsächlich alle diese sechs Parteien, die wir hier sehen, schaffen. Also KPÖ, SPÖ, Grüne, Neos, ÖVP und FPÖ. Und die Sonstigen, ja, die haben hier ein Prozent, die spielen keine Rolle bei der Landtagswahl. Das heißt, wenn wir auf die Gewinne und die Verluste blicken, gibt es aktuell zwei große Gewinner. Die FPÖ plus 8,5 Prozentpunkte und die KPÖ plus 8,0 Prozentpunkte liegen klar vorne. Neos und SPÖ gewinnen etwas hinzu, die Sonstigen ja auch. Da gab es letztes Mal keine andere Partei unter den Sonstigen. Ja, und die Grünen und die ÖVP, auch die Parteien, die ja aktuell in Österreich die Bundesregierung stellen, die liegen doch klar im Minus. Die Grünen minus 4,1 Prozentpunkte, die ÖVP minus 16,1 Prozentpunkte. Und insgesamt ist es so, dass nicht beide Regierungsparteien in diesem Fall verlieren, sondern nur die ÖVP verliert deutlich. Die SPÖ als aktueller Juniorpartner der ÖVP kann sich sogar ein bisschen verbessern. Aber ich habe es ja gesagt, berauschend ist das natürlich für die SPÖ trotzdem nicht, wenn man das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte einfahren sollte. So, und jetzt schauen wir mal auf die Sitzverteilungsprognosen. Die Koalitionsoptionen, 48 Sitze haben wir im Landtag, 25 braucht man für die absolute Mehrheit. Wir sehen, dass die KPÖ 7 Sitze hat, die SPÖ 12, die Grünen 3, NEOS 3, ÖVP 10 und die FPÖ 13. Und wenn wir jetzt auf die Koalitionsoptionen blicken, dann sehen wir zunächst einmal, SPÖ und ÖVP können nicht in dieser Form weiter regieren wie bisher. Zusammen reicht es nicht zu einer absoluten Mehrheit. Das heißt, diese Koalition kommt in dieser Form an ein Ende. Die einzige Zweierkoalition mit einer absoluten Mehrheit wäre hier dieses Bündnis von SPÖ und FPÖ. Dieses Bündnis wäre FPÖ geführt. Aber, also es ist nur eine ganz schwache absolute Mehrheit tatsächlich. Es könnte also auch je nach Wahlauskung nicht zur absoluten Mehrheit reichen. Aber unter diesen Umständen, wie es hier ist, mit diesen Ergebnissen und mit diesen Sitzen vor allen Dingen, dürfte die SPÖ auf was ganz anderes abzielen, nämlich auf ein Dreierbündnis ohne FPÖ-Beteiligung. Also zum Beispiel SPÖ-Grün und ÖVP oder SPÖ-NEOS und ÖVP. Denn in diesen Fällen, sollte es wirklich zur absoluten Mehrheit reichen, würde die SPÖ eben die Regierung stellen können, also den Regierungschef stellen können. So ist es korrekter gesagt. Und ja, dann eben die Position des Landeshauptmanns oder der Landeshauptfrau bekleiden können. Und das ist ja dann viel attraktiver, als Juniorpartner in einer Regierung zu sein. Ja, und wir sehen diese Dreierbündnisse hier, SPÖ, ÖVP und Grüne, beziehungsweise SPÖ, ÖVP und NEOS, kämen auf eine knappe absolute Mehrheit. Die ist allerdings ziemlich schwach. Also auch die ist nicht sicher. Es könnte also ziemlich spannend werden in der Steiermark, was Regierungskoalitionen betrifft. Es könnte sein, dass es für kein Zweierbündnis und für sehr viele Dreierbündnisse eben nicht reichen wird. Und dann müsste man mal schauen, was dann passieren wird, ob dann zum Beispiel so ein Konstrukt aus SPÖ, ÖVP und FPÖ rauskommen wird. Das kann ich tatsächlich noch nicht so beurteilen. Da müsste ich mal schauen, wie so die Koalitionsaussagen sind oder wie das Verhalten in der Steiermark ist, zum Beispiel gegenüber der FPÖ eben. Aber ja, wir können zumindest jetzt mal festhalten, es könnte ziemlich spannend werden, was die Koalitionsoptionen betrifft. Und so wie es aussieht, reicht es für die aktuelle Regierungskoalition nicht, um nach der Wahl in dieser Form weitermachen zu können. Geische haltet die Kollomina приб demande. wenn es euchチöreffend ist. Und dann sage ich ihnen liebe Leute eng. Vielen Dank.